Hallo, hier ist Elena. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wie ihr dem Thumbnail dieses Videos schon entnehmen konntet, geht es heute um Bücher, die neu erscheinen und zwar in den Monaten von April bis Juni, bis 1. Juni, das zweite Quartal quasi in 2024. Bevor ich euch die neuen Bücher zeige, wollte ich mich aber einmal bedanken. Es sind jetzt ganz viele neue Zuschauer dazugekommen und Zuschauerinnen. Also herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr hier den Weg hierhin gefunden habt und hoffe, dass für jeden hier inspirierende Bücher dabei sind. Und es geht los hier mit dem Erscheinungsdatum 4. April von Elin Hildebrandt. Fünf Sterne Wochenende, das Fünf-Sterne-Wochenende, ich glaube, so heißt es. Ich blende euch das Cover hier ein. Ich habe von der Autorin im letzten Jahr ein Buch gelesen. Ich glaube, das heißt Der beste Sommer aller Zeiten. Ich würde euch hier ein Video verlinken mit den Sommerbüchern, die ich im letztes Jahr gelesen habe. Deswegen bin ich sozusagen sofort auf dieses Buch gesprungen, als ich das gesehen habe, weil mir hatte das Buch von Elin Hildebrandt im letzten Jahr sehr, sehr, sehr gut gefallen, dass ich gedacht habe, oh toll, wenn jetzt ein neues Buch von ihr rauskommt, interessiert mich das sofort. Und hier in diesem Buch geht es um Holly, die sozusagen ihr Leben so gut im Griff hat und alles seinen geregelten Weg geht, doch dann stirbt ihr Mann eher unerwartet. Dennoch verliert Holly nicht den Mut und lädt vier ihrer Freundinnen in ein Strandhaus ein, wo sie dann ein Fünf-Sterne-Wochenende verbringen. Und jede der Frauen bringt eine eigene Geschichte mit. Und ich weiß nicht, für mich klingt das einfach herrlich. Ich mag ja zu Geschichten sehr, sehr gerne. Ich hatte unter anderem nämlich früher schon mal auch ein Buch gelesen, das hieß Das Wochenende. Das verlinke ich euch, das war, verlinke ich ja auch hier das Video. Das ist genauso großartig gewesen, wie es sich auch anhört. Es ist eine ähnliche Konstellation, wo Frauen zwar schon in älterem Alter zusammenkommen und auch ein Wochenende zusammen verbringen. Das ist einfach großartig gewesen. Das nächste Buch ist von Maike Werkmeister. Am Himmel funkelt ein neuer Tag, blende ich euch hier ein. Das kommt am 11. April raus und wir treffen da auf Zoe, die nach London zieht, aber irgendwie in so ein kleines Viertel, was sich anfühlt wie so ein Dorf, wo sie sich äußerst wohl fühlt, in so einem Teich schwimmt morgens und so ein bisschen, glaube ich, ihr Leben genießt. Und dann kommt eine Wahrsagerin und prophezeit ihr, dass der Sommer all ihre Pläne auf den Kopf stellt, weil sie hat, glaube ich, auch so einen Verlust noch zu verschmerzen. Ich glaube, sie hat eine Beziehung erst zuletzt beendet. Und ja, der Sommer scheint ja das alles mächtig durcheinander zu wirbeln. Das nächste Buch ist Das Fenster zur Welt von Sarah Winman. Das erscheint am 20. April und für mich hört sich das nach einem absolut großartigen Roman an. Wir treffen hier auf Ulysses und auf, ich glaube, Evelyn heißt sie, die sich in einem italienischen Weinkeller begegnen und über Kunst und das Leben reden. In diesem Buch geht es um Freundschaft und um Neubeginn und um das, was alles im Leben noch möglich ist. Denn hier sind sozusagen schwierige Zeiten. Ulysses ist ein britischer Soldat, der nach dem Krieg nach Italien geht, weil ihn seine Zeit in Italien nie so losgelassen hat und dort quasi auf einen Neubeginn hofft. Und Evelyn ist eine 60-jährige Kunsthistorikerin, die die Gemälde während des Krieges versucht hat zu retten. Und die begegnen sich halt und es begründet sich, glaube ich, eine wunderbare Freundschaft. Man erfährt nicht so viel vom Inhalt, aber ich glaube, die Atmosphäre in diesem Roman soll einmalig sein. Ganz viele Zeitungen haben schon eine Schlagzeile dazu geschrieben, was sich alles so toll anhört. Ja, ebenfalls am 20. April kommt dieses Buch hier raus, die Sprache der Kraken von Ray Naylor. Und das ist ein Zwiller und hört sich, finde ich, absolut mega spannend an. Es wurde eine neue Krakenart entdeckt und ein Technologiekonzern will das Ganze untersuchen und hat diesen Archipel da abgeriegelt. Die Meeresbiologin N. Guyen soll das sozusagen untersuchen und erforschen. Und mit dabei bei dieser Aktion in ihrem Team ist eine kampferprobte Sicherheitsbeamtin und der erste Android. Doch relativ schnell wird klar, dass es noch ganz andere gibt, also andere Interessen gibt, die was anderes mit den Kraken vorhaben. Und daraus entbrennt natürlich ein globaler Streit um Ressourcen und Herrschaft und setzt sozusagen alles Mögliche in Gang. Also ich finde, das klingt äußerst spannend. Es stellt natürlich auch die Fragen, was ist Intelligenz? Und sozusagen, was passiert in so einem Fall oder was kann passieren? Also ich finde, das klingt... Ja, und alle, die zuschauen, die schon länger zuschauen, wissen das, dass es natürlich keine neuen Erscheinungsvideos ohne Krimis geben kann. Und deswegen gibt es hier den ersten. Am 25. April erscheint Spurensuche in den Highlands von Sibylle Becker. Und ich finde, das klingt sehr, sehr spannend und originell als Krimi. Wir treffen hier auf die Privatdetektivin Alison, die in Inverness ist und sich aber eine Auszeit nehmen will. Aber da taucht eine alte Bekannte bei ihr auch, eine Millionärsgattin Violett. Die können sich, also die Alison mag die Violett eher weniger gern. Dennoch sozusagen will sie ihr helfen und bevor sie jedoch das Geheimnis irgendwie erfährt, ist Alison spurlos verschwunden und dessen Mann lässt das aber völlig kalt. Ja, Alison macht sich auf Spurensuche, was in die entlegenen Highlands führt, wird dann aber überfallen. Und als die Polizei ihren ausgebrannten Wagen findet, liegt da drin eine verkohlte Leiche. Ja, also das klingt doch sehr, sehr spannend, wie ich finde. Überhaupt mit dem Setting. Ich finde, das Cover schaut schon sehr vielversprechend aus und ja, ich hätte durchaus Lust, so eine Geschichte zu lesen. Ja, und schon sind wir beim Mai angekommen. Wie es sich so für alle Neuerscheinungsvideos verhält, ist das natürlich hier keine Liste der Vollständigkeit, was ja kaum zu schaffen wäre, sondern ich picke mir immer ein paar Bücher raus, die ich besonders interessant finde und hoffe natürlich, dass es euch genauso geht. Am 1. Mai erscheint dieses Buch hier, Anna und das Gespenst von der Marxburg von Thomas W. Krüger. Ich kann gar nicht so einschätzen genau, was für ein Buch das ist. Also natürlich ein Geschwänsterbuch, das ist schon mal klar, aber in welches Genre das direkt fällt oder für welche Zielgruppe das ist, bin ich gar nicht so sicher. Aber ich fand es nichtsdestotrotz einfach interessant und habe es mit auf diese Liste gesetzt. Wir treffen dort auch die Familie Stürmann, die zu einer Hochzeit auf der Marxburg eingeladen ist und schon während der ersten Runde durch diese Burg fühlt Anna sich beobachtet. Selbst auch nach der Feier lässt sie das Gefühl nicht nach und als sie zu Hause sind, hat sie sozusagen mehr oder weniger die Gewissheit oder das Gefühl, dass das ein Gespenst sie verfolgt. Ja, das ist alles, was man vom Inhalt erfährt. Wie gesagt, ich bin nicht so sicher, was einen da erwartet. Ich fand aber das Cover jetzt recht ansprechend und für mich hört sich das vielleicht nach etwas Schaurigen ein bisschen an, also dezent schaurig. Ihr kennt mich ja. Und ja, fand einfach, das klingt interessant. Am dritten Mai kommt dieses Buch raus, die Gesetze der Magie von Jenny Karpel. Das soll ein atmosphärischer Dark Academia Fantasy Roman sein und ich fand es jetzt vom Inhalt doch recht ansprechend. Wir treffen hier auf eine, ein wie so ein geheimnisvolles Institut in Dublin, an dem magisch begabte Studenten die Gesetze der Magie erforschen. Und Willow ist Quantenphysikerin und kommt ganz neu dazu und ist erstmal total fasziniert davon, findet aber nicht so leicht Anschluss. Anthony, der Professor, wo sie halt promovieren soll, ist total verwandelt. Also den erkennt sie gar nicht mehr wieder. Und zudem scheint jeder irgendwie ein Geheimnis zu haben. Außerdem möchte auch keiner darüber sprechen, über das Verschwinden eines Austauschschülers. Und so macht Willow sich sozusagen auf, diese ganzen Geheimnisse zu lüften, bevor die Gesetze der Magie dagegen wirken. Also ich finde, das klingt äußerst interessant und originell. So eine Mischung, sage ich mit Institut oder sage ich mal fast so Schul-Uni-Atmosphäre, stelle ich mir da vor, in diesem Setting von Dublin. Ja, finde ich, hört sich einfach großartig an und ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ja, wie könnte es anders sein? Ich habe natürlich noch einen weiteren Krimi gefunden. Ich glaube, es ist auch nicht der letzte auf dieser Liste. Ihr seht mir das hoffentlich nach. Waldesru heißt dieser von Christoph Stoll, der ebenfalls im Mai erscheint. Ich bin normalerweise kein Fan von Regionalkrimis. Irgendwie lese ich das nicht so gerne, keine Ahnung warum. Aber das hat mich jetzt extremst angesprochen. Ich glaube, einfach aufgrund auch des Settings. Wir treffen hier den 50-jährigen Kunstlehrer Justus, der Menschen mitunter einfach sehr anstrengend findet und seine Sommerferien gern in dem alten Forsthaus seiner Kindheit verbringt. Dort befindet er sich und möchte gern die Ruhe genießen. Damit ist es aber vorbei, als jemand plötzlich erschossen wird. Und er sich dann mit der attraktiven Kommissarin Heliga konfrontiert sieht, was ihn nur noch mehr ratlos sein lässt. Ja, und dann wendet sich anscheinend plötzlich das Blatt und es bricht wohl ein ganz schöner Tumult aus. Ja, ich finde, ja wie gesagt, ich glaube das Setting ist das, was mich daran so anspricht. Anscheinend ist der Autor selbst Förster und kennt irgendwie das Setting und diese ganze, sag ich mal, Stimmung da einfach sehr, sehr gut, was so absolut spürbar in dem Buch sein soll. Man soll als Leser mit darin schwelgen, in, sag ich mal, diesen ganzen Naturbegebenheiten. Einfach die Sonnenstrahlen, die durch die Blätter fallen, die Ruhe, die Stille im Wald. Ja, aber dann, wie gesagt, ist es ja schnell hier mit der Ruhe vorbei. Aber mich spricht das gerade besonders an, so Natursachen, die man in Büchern liest. Also ich weiß nicht, ob ich das beschreiben soll. So Naturelemente, nennen wir es vielleicht einfach so. Vielleicht kennt ihr das oder wisst, was ich meine. Ich hoffe es. Aber wie immer klingt das sehr vielversprechend und das soll äußerst raffiniert sein, dieser Krimi-Fall. Und ist wohl der Auftakt zu einer neuen Cozy-Crime-Reihe. Also genau mein Fall, nicht? Ja, der nächste Roman, den ich euch vorstellen will, hat nämlich auch genau so Attribute, die mich gerade ansprechen. Das Buch ist von Romy Völk. Das Licht in den Birken, so heißt er und erscheint am 14. Mai. Darüber wird gesagt, ein unvergesslicher Sommer, der irgendwie drei Fremde verändern wird. Oder auch ein heißer Sommer, wo man wünscht, der würde nie zu Ende gehen. So ist dieses Buch. Und das, finde ich, klingt ja schon ganz, ganz toll. Wir treffen hier auf Thea, die nach irgendwie, glaube ich, 20 Jahren, wo sie in Portugal gelebt hat, wieder zurückkommt in ihre alte Heimat nach Norddeutschland und lässt sich in der Lüneburger Heide nieder. Und sie will so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit abschließen. Ihr Nachbar Benno hat so eine Art Lebenshof für Tiere und ist aber sozusagen, was Menschen angeht, doch recht schroff und eher scheu. Dennoch scheinen die zwei sich ein bisschen zusammenzureißen und so anzufreunden, als im Juli eine Wanderin kommt, die sich den Fuß verletzt hat und dementsprechend ihre weitere Reise aufschieben muss. Denn es steht für den Lebenshof von Benno auch recht schlecht, sodass sie alle unterstützen und mithelfen wollen, um das Lebenswerk von Benno zu retten. Soweit der Inhalt. Ja, ich denke, dass es da einfach sehr viel um Natur, die Tiere und Pflanzen gehen wird und natürlich um diese ganzen zwischenmenschlichen Strömungen, die es dort gibt. Und bin da einfach auch sehr gespannt drauf, welche wundervolle Geschichte einen da erwartet. Ja, und dann gibt es hier das erste von zwei Wahlbüchern, die ich euch vorstellen möchte, nämlich einmal die Tage des Wals von Elisabeth O'Connor, das am 15. Mai erscheint. Hier treffen wir im Jahr 1938 auf die 18-jährige Mano, die sozusagen davon träumt, auf dem Festland zu leben. Die Ereignisse überschlagen sich quasi, beziehungsweise verändern sich, als ein Wal strandet und die Fischer halten das für ein schlechtes Oben. Aber was noch entscheidender ist, das bringt zwei Wissenschaftler sozusagen auf den Plan Edward und Joan, die ethnografische Studien durchführen möchten. Und Mano, die zielschreibig und klug ist, bietet sich direkt an als Übersetzerin und Gehilfin. Was zunächst ein bisschen so eine Zweckgemeinschaft war, verändert sich dann und wird zu einer Freundschaft mit bestehend aus Hoffnungen und, ja, Verirrungen. Vielleicht kann man es so sagen. Auf jeden Fall wird dadurch einiges durcheinander gewirbelt. Es soll ein Roman voller Poesie sein, voller Kraft sein und, ja, ich finde, es klingt ganz außergewöhnlich. Ja, das nächste Buch ist Windstärke 17 von Caroline Wahl. Das Erstlingswerk von ihr, 22 Bahnen, habe ich leider noch nicht gelesen. Steht aber schon lange auf einer Liste. Wenn ihr das kennt, schreibt mir mal, wie ihr es fandet gerne. Das hier, der zweite Band quasi, äh, das zweite Band, das zweite Buch erscheint am 15. Mai und wir treffen hier auf Ida, die quasi es nicht mehr geschafft hat, auf die Beerdigung ihrer Mutter zu gehen, sondern quasi nur mit wenigen Sachen fortreist. Sie nimmt den Zug, der am weitesten wegfährt und landet dementsprechend auf Rügen, wo sie quasi ziellos umherstreift und dann Knut und Marianne begegnet. Knut ist der Kneipenbesitzer und die beiden nehmen sie auf. Die frühstücken jeden Tag zusammen und dann später walken sie durch den Wald oder spielen Skippo oder solche Sachen. Dann begegnet ihr jedoch live und, ähm, es scheint ein bisschen, als wäre er ähnlich versehrt, ähm, wie sie und allmählich beginnt ein bisschen so etwas zu heilen und Ida, ähm, kann sich so ein bisschen mehr wieder an dem Leben erfreuen. Es wird alles, ähm, weniger schlimm empfunden. Als sie doch dann jedoch erfährt, dass Marianne schwer krank ist, sozusagen bricht der Schmerz wieder auf. Ja, ich finde, das klingt durchaus nach einer, trotz der Schmerzen, sag ich mal, und Trauersachen nach einer Sommergeschichte und ein bisschen nach einer Zurück ins Leben finden Geschichte. Das nächste Buch scheint mir mal etwas ganz anderes zu sein. Ich war jetzt ehrlich gesagt einfach total fasziniert von der Geschichte. Äh, Wolfzone heißt es von Christian Endres, ähm, erscheint ebenfalls am 15. Mai und ist ein Cyberthriller. Ich glaube, ich habe sowas noch gar nie gelesen, aber es klingt einfach zu abgefahren, dass es mit hier auf diese Liste musste. Und zwar, äh, spielt es in Deutschland in der Zukunft. Ähm, ein Privatdetektiv namens Joe kommt in die brandenburgische Provinz, wo ein Dorf von der Bundeswehr abgeriegelt worden ist. Denn, äh, in einem Wald dahinter, ähm, sollen sich Wölfe befinden, die durch Nanobots und künstliche Intelligenz sich massiv verändert haben sollen. Äh, und genau hier soll Joe eine, ähm, Erbin suchen, die schon seit mehreren Tagen verschwunden ist. Also, zwischen sozusagen, äh, diesen Cyberwölfen, Gangstern, Umweltaktivisten und anderen Unternehmern, äh, entwickelt sich das zu einer unglaublichen Jagd. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Außer, dass ich finde, dass das einfach total irre klingt und ich mir das als ein extrem spannendes und vielleicht auch gruseliges, äh, Buch vorstellen kann. Ich hätte aber große Lust, das zu lesen. Das nächste Buch ist von Frank Goldammer, Tod auf der Elbe. Ähm, ähm, und spielt 879 in Dresden, wo wir den Kriminalrat, äh, Gustav Heller treffen, der auf seinem Pferd gemütlich dahin reitet, als ein, ähm, unglaublicher Knall die Stille zerreißt. Und, ähm, es ist ein Kessel auf einem Schiff, äh, auf der Elbe explodiert und sozusagen, ähm, Trümmer und Verletzte treiben im Fluss. Ähm, ähm, Gustav reitet natürlich sofort los und, äh, rettet einen, ähm, ähm, der Menschen, der dann später auch zum Zeugen wird, in einem Fall um, ähm, Sabotage, Erpressung und Mord. Denn es geht hier um, äh, Schifffahrtsrädereien, um zwei Schifffahrtsrädereien, die in einem erbitterten Kampf sind um die Schifffahrtslizenz, ähm, auf der Elbe. Und, ähm, ähm, es entbrennt natürlich ein erbitterter Kampf, wo auch, ähm, Gustavs Familie in Gefahr gerät. Und, ja, das hört sich doch einfach mega spannend an. Ich lese gerade einfach unheimlich gern Bücher, auch aus dem 19. Jahrhundert, äh, mit dieser Stimmung und dem Setting, das gefällt mir außerordentlich gut. Und das allein war schon ein Grund und, ähm, ähm, Frank Goldammer hatte ich ein Buch schon gelesen im letzten Jahr, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich weiß, ich habe auch schon mal den Tipp gekriegt, seine andere Krimi-Reihe, ich glaube, der heißt Max Heller, ne? Also, ob das hier irgendwie in Verbindung steht, müsste ich mal noch recherchieren. Bin ich noch nicht zugekommen, aber es wäre definitiv auch was, was ich angehen sollte. Ja, es ist natürlich noch nicht vorbei mit Krimi. Im Mai erscheint nämlich der neue Horrorwitz. Mord stand nicht im Drehbuch von Anthony Horowitz. Und das hier ist aus der Reihe, äh, Hawthorn ermittelt. Das ist der vierte Band schon. Und in diesen Bänden, sozusagen, gibt es Anthony Horowitz auch in dem Buch. Er ist er, ganz normal, der Romanautor und Drehbuchschreiber. Und, ähm, Hawthorn ist ein besonderer Privatdetektiv, der quasi Fälle löst. Und Anthony Horowitz soll darüber schreiben und sie, ja, schriftlich zu Papier bringen. Ähm, und das ist so eine amüsante und, äh, coole Reihe. Ich liebe sie wirklich. Das ist so genial, diese Dialoge zwischen den beiden. Ähm, der Typ Hawthorn ist natürlich mega speziell. Und es macht einfach so viel Spaß, diese Bücher zu lesen. Darum hinaus sind sie natürlich einfach supergut spannend geschrieben. Und, ja, es ist immer ein riesen Fest. Jetzt in diesem Band, ähm, geht es halt darum, dass, ähm, Horowitz, äh, die Zusammenarbeit mit dem Detektiv beendet. Ähm, da er gerade mit seinem Drehbuch beschäftigt ist. Jetzt wird sein, ähm, Theaterstück aufgeführt, Mind Game. Ähm, ähm, nach der Premiere wird allerdings das Stück ziemlich übel verrissen. Und eine Kritikerin wird tot aufgefunden, mit einem Dolch erstochen, dem, äh, Horowitz gehört. Ähm, und wo seine Fingerabdrücke drauf zu finden sind, sodass er natürlich im Gefängnis landet. Und er weiß, jetzt kann ihm nur noch einer helfen, nämlich Hawthorn. Ja, es ist einfach eine Riesenfreude, äh, diese Bücher zu lesen. Also, wenn ihr nur nicht mit der Reihe angefangen habt, kann ich sie euch sehr ans Herz legen. Das nächste Buch erscheint am 21. Mai. Er heißt Whalefall, Gefangen im Wal von Daniel Krause. Und eben, allein der Titel hier ist schon, äh, das Verblüffende daran, Gefangen im Wal, da war so, hä? Das hier ist ein Thriller auch der besonderen Art. Wir treffen hier auf Jay, der an der Pazifikküste, ähm, vor Monastery Beach nach den Spuren, äh, seines Vaters, ähm, sucht. Er hat das Gefühl, das ist die einzige Gelegenheit, seine Schuldgefühle loszuwerden. Und, ähm, geht auf einen Tauchgang. Und bei diesem Tauchgang, äh, wird er von Tentakeln eines Riesenkalmars angegriffen. Äh, der aber dann kurz danach von einem Pottwal, ähm, angegriffen wird. Ähm, und so landen sie beide, der Riesenkalmar und Jay im Magen, in einer der vier Mägen vom Wal. Und so hat jetzt Jay eine Stunde Zeit, bevor ihm der Sauerstoff ausgeht, und wieder herauszukommen aus dem Bauch des Wals und natürlich seine Dämonen zu bezwingen. Ja, also ein wirklich ungewöhnliches Setting für einen Thriller, würde ich mal sagen. Äh, es soll absolut wissenschaftlich, äh, verblüffend sein. Das war das zweite Wahlbuch übrigens, was ich euch versprochen hatte. Ein Roman, die Blumentöchter von Tessa Collins. Und das ist, glaube ich, ein bisschen so in Anlehnung, ähm, à la Lucinda Riley, ähm, geschrieben. Ähm, hier treffen wir auf Dalia, die, ähm, die Gärtnerei ihrer Großeltern total liebt und ihr ein und alles ist. Das Ganze spielt in Cornwall. Ähm, dort lebt sie zusammen auch mit ihren vier Cousinen. Und, ähm, eines Tages gibt es einen Brief, äh, der irgendwie Informationen von ihrem verschollenen Vater enthält. Und sie ist, äh, völlig wie vor den Kopf geschlagen, dass, ähm, irgendjemand da Informationen drüber hat und warum ihr das vorenthalten worden ist. Und macht sich auf eine Reise nach Mexiko, wo, ähm, irgendwie das Rätsel ihrer Herkunft und irgendwie, glaube ich, ihrer Wurzeln irgendwie gelöst, ähm, werden soll. Als nächstes habe ich noch einen Thriller für euch, ähm, von Nina Banksdotter. Ähm, hier geht es um zwei Frauen. Wir treffen auf, äh, Katja und Vega, die als, ähm, Kinder, äh, eine unglaubliche Freundschaft verbunden hat. Ähm, sozusagen, die eine war ein bisschen aus so einer zerrütteten Familie und bei der anderen ist die Mutter schon früh gestorben und die beiden waren eigentlich immer unzertrennbar, bis ein Ereignis die beiden auseinandergerissen hat. Als Erwachsene jetzt, ähm, wird, äh, Vega plötzlich von Katja angerufen, die sie bittet, äh, zurückzukommen, ähm, in das Dorf, wo sie auch gewachsen sind. Das tut, ähm, Vega dann auch. Bei ihrer Ankunft ist Katja aber verschwunden und, äh, es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf. Ähm, sie erinnert sich dann daran, dass vor 30 Jahren schon die Tante von Katja verschwunden ist und fragt sich, ob da irgendein Zusammenhang besteht. Und sie setzt natürlich alles daran, jetzt Katja zu finden, weil es ein dunkles Geheimnis gibt, das sonst, äh, ihr Leben zerstören würde. Ja, das soll ein absolut gnadenlos spannender Thriller sein der schwedischen Erfolgsautorin. Ich habe noch gar nichts von ihr gelesen, aber irgendwie merke ich gerade, erwacht auch hier immer mehr meine Lust, äh, Thriller zu lesen. Ähm, ja, deswegen, für mich hört sich das sehr, sehr spannend an und das würde ja wunderbar jetzt im Sommer passen. Habe ich gesagt, das erscheint am 12. Juni. Als nächstes erscheint am 17. Juni, ähm, Sommer im Hotel, äh, Portofino von J.P. O'Connell. Das ist der zweite Band, ähm, ähm, von, äh, ich glaube, das hieß nur Portofino, was ich im letzten oder vorletzten Jahr gelesen habe. Ich glaube, ja. Bin gerade nicht ganz sicher, wie lange das her ist. Das Buch hatte mir sehr gut gefallen. Ähm, ähm, es spielt 1927 in Italien, in Ligurien und wir treffen auf ein, ähm, Upper Class, ähm, Ehepaar, nämlich Cecil und Bella Ainsworth, die dieses besagte Hotel haben. Ähm, ähm, mittlerweile sind natürlich Dinge passiert, sodass ich jetzt zum Inhalt nicht viel mitteilen kann, weil sonst würde ich ja spoilern, ne, wenn ihr den ersten Band noch nicht gelesen habt. Auf jeden Fall befindet man sich wieder in diesem Hotel, wo alle möglichen Irrungen und Wirrungen geschehen und jede Menge Charaktere, äh, aufeinandertreffen und etliches passiert. Es ist ein bisschen so a la Downton Abbey, nur sozusagen auch etwas sommerlich italienisch, aber durchaus mit dem gleichen Charme. Ja, und dann ist mir natürlich ein Band hier ins Auge gestochen, ähm, ähm, nämlich über Agatha Christie, ähm, von Susanne Lieder geschrieben. Das ist aus dieser Reihe, ähm, mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe, glaube ich, heißt die Reihe, äh, wovon ich ja etliche Bände sehr, sehr spannend finde, weil sie ja immer eine, äh, äh, Frau porträtieren. Ähm, ähm, ich habe leider noch kein Band diese Reihe gelesen, aber ich finde sie äußerst faszinierend. Ich glaube, es gibt, soll insgesamt 25 oder 26 Bände geben, das ist jetzt Band 21, äh, sagt mir gerne mal, ob ihr davon schon was gelesen habt und was ihr da vielleicht besonders empfehlen könnt. Also, es kommt natürlich auch ein bisschen vielleicht immer auf Interesse, äh, Interesse drauf an, für wen, für welche Frau man sich besonders interessiert. Ich fand das jetzt hier mit Agatha Christie wirklich sehr, sehr ansprechend, ähm, wo man natürlich etwas aus ihrem Leben, äh, erfährt und, ähm, ja, wie es vielleicht dazu gekommen ist, dass sie diese ganzen vielen tollen, berühmten Krimis geschrieben hat. Als letztes Buch in diesem Video möchte ich euch dieses Buch zeigen, Die Liebenden von Isley von Constanze Wilken. Es erscheint am 19. Juni und für mich hört sich das nach einem wunderbaren Sommerbuch an. Ähm, ähm, hier wird nämlich das Leben von Shona ein bisschen auf den Kopf gestellt, ähm, ähm, weil ihre Schwester Freya einen Unfall hatte, ähm, auf der Insel Isley. Deswegen reist Shona sofort dahin, um sich um die Pension zu kümmern, die, ähm, Freya sonst führt. So ein Bed & Breakfast hat sie dort. Und, ähm, außer um die Pension will sie sich natürlich auch um ihre Nichte Erin kümmern. Die zeigt ihr ein, ähm, besonderes Schmuckstück, was sie gefunden hat, eine Brosche, die, ähm, ausschaut, als würde sie aus der Wikingerzeit stammen. Und Shona und Aaron machen sich auch die Suche danach, um dem Ganzen auf die Spur zu kommen, gemeinsam mit, ähm, dem, ähm, weiß nicht, ob das so ein Nachbarn ist, aber einem Mann aus der, der so eine Destillerie da vor Ort führt. Ähm, ähm, heißt er Gämisch, glaube ich. Äh, die bundeln, glaube ich, auch so ein bisschen an. Aber bei ihrer Suche rufen sie, äh, auch, ähm, ähm, sozusagen Probleme auf dem Plan, denn nicht alle heißen das gut, dass sie da recherchieren. Ja, für mich klingt das einfach wunderbar, so als wenn da ein besonderes Geheimnis wartet, was entdeckt werden muss. Ja, für mich klingt das einfach super interessant, ein ideales Sommerbuch. Ja, das soll's für heute hier gewesen sein. Ich hoffe, es gab, ähm, das ein Bücher noch inspiriert. Äh, sagt mir unbedingt, auf welche Neuerscheinungen ihr euch in diesem Jahr im Sommer vor allem freut. Was steht da auf eurer Liste? Und dann, ähm, ähm, ja, sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss! Musik 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 Musik